Diese hier angebotene 1,5 Zimmer Wohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Düsseldorf-Pempelfort. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 31 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 750 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns, falls Sie Fragen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017